Hallo zusammen, mein Name ist Frank und ich möchte Ihnen heute ein paar Tipps geben, wie Sie unsere Baustadt Dessau-Roslau auch als Besucher im Rollstuhl entdecken können. Ich bin heute mit meinem elektrischen Rollstuhl unterwegs, der auf Basis eines Sektis aufgebaut ist. Heute geht es vom Parkplatz an der Mulde vorbei am Johannbau, der Marienkirche, dem Rathauscenter und der Friedensglocke hin zum Bauhausmuseum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020